Hallo zusammen, wir haben heute wieder mal einen Briefkasten. Ich habe es schon richtig verstehen. Und zwar gibt es hier ein gekühltes Paketfach. So wie einen Briefkasten. Online bestellen und so weiter. Hier hat es eine automatische Türverriegelung. Hier oben kommt die Maschine. Thermostat ist noch nicht ganz klar wo. Wahrscheinlich kommt der auch hier rein. Ja, ist einfach ein gekühlter Briefkasten. Mehr will ich nicht sagen. Vielleicht kommt der Pöstler vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und hier habe ich noch ein Video von der Briefkastenanlage. Aber ganz was anderes. Und ich hoffe, ihr kriegt auch wieder mal Post. Was gekühltes. Oder vielleicht tiefkühlbar. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch ein' dykid. Vielen Dank.